Healthy Teacher Podcast Folge 40 Heute möchte ich Dir die 4 Stufen der Kompetenz vorstellen, die beschreiben, wie wir uns neue Strategien und Gewohnheiten aneignen und die Dir so eine Orientierung geben können, wo Du im Prozess der Entwicklung Deiner Stresskompetenz gerade stehst. Das kann Dir helfen, auch dann am Ball zu bleiben, wenn die Erfolge sich nicht sofort und quasi über Nacht einstellen. HealthyTeacher.net Der Selbstmanagement-Podcast für Lehrer, die entspannter und gesünder leben wollen. Hier findest Du Tipps, Interviews und Selbstcoaching-Tools, mit denen Du als Lehrer entspannter und gelassener arbeitest und als Mensch einfach besser lebst, weil Deine Gesundheit die beste Unterrichtsvorbereitung ist. Von und mit Carsten Meier Hey, hallo, Carsten hier wieder vom HealthyTeacher Podcast. In der heutigen Folge möchte ich Dir ein Konzept vorstellen, nämlich die 4 Stufen der Kompetenz. Über die bin ich das erste Mal gestolpert eigentlich während meiner NLP-Ausbildung. Und ja, ich finde dieses Konzept eigentlich sehr hilfreich, auch vor allen Dingen im Hinblick auf das Thema Stressmanagement und Stresskompetenz von uns Lehrern. Und das Thema halte ich für ein sehr wichtiges Thema, gerade für uns als Lehrer. Warum glaube ich das? Der Lehrerberuf ist einer der stressbelastetsten Berufe überhaupt und wir als Lehrer gehören damit einfach zur Hochrisikogruppe, wenn es um solche Themen wie Burnout oder stressbedingte Erkrankungen geht. Da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen dazu und in den Shownotes habe ich Dir ein Gutachten verlinkt zu den psychischen Belastungen im Bildungsbereich. Und das kommt zu dem Schluss, dass die Lehrer tatsächlich an der Spitze aller Berufsgruppen stehen. Ich habe von einer anderen Untersuchung mal gehört, nach der ist das Stresserleben von Lehrern tatsächlich vergleichbar mit Ärzten in der Notaufnahme. Und das zeigt, glaube ich, wie wichtig dieses Thema einfach für uns sein sollte. Aber nicht nur für uns, sondern auch für unsere Schüler, denn ein gestresster Lehrer, der sich mit letzter Kraft irgendwie in den Unterricht noch schleppt, der kann eben auch kein guter Lehrer sein, der ist auch kein gutes Vorbild für seine Schüler. Und allein aus diesem Wunsch heraus, also für Deine Schüler ein guter Lehrer zu sein, solltest Du Dich aktiv mit Deinem Stresserleben auseinandersetzen und Dich um Deine Stresskompetenz kümmern. Aber es geht natürlich nicht nur um die Schüler bei der Sache, sondern es geht auch um Dich oder es geht eigentlich vor allem auch um Dich, weil eben Du nur ein guter Lehrer sein kannst, wenn Du auch für Dich sorgst und natürlich für Dich als Mensch eben auch. Wenn Du Dich nicht um Dein Stresserleben kümmerst und Deine Stresskompetenz kümmerst, dann kannst Du in Deinem Job einfach auch nicht langfristig glücklich sein. Dann hast Du nicht genug Zeit und Energie um Dich, um alle Deine Lebensbereiche zu kümmern. Du kennst eventuell das Konzept des Lebensrades. Das sieht einfach so aus, unser Leben, das besteht aus verschiedenen Bereichen, Arbeit, Beziehung, Familie, der finanzielle Bereich, Freizeit, Hobby, Selbstverwirklichung, Persönlichkeitsentwicklung, Weiterentwicklung, auch Spiritualität. Das alles sind so Lebensbereiche, die in unserem Leben einfach eine Rolle spielen und nur wenn die irgendwo in einer Balance sind, wobei Balance nicht heißen muss, dass es zeitlich alles gleich ist, sondern einfach so von der gefühlten Qualität, sage ich mal, das Ganze in Balance ist, das Ganze rund ist. Dann läuft eben auch unser Leben rund und wenn wir das hinkriegen, dass diese Lebensbereiche irgendwo in einer Balance sind, dann haben wir eben auch die besten Voraussetzungen, um langfristig gesund zu bleiben. Und dafür brauchen wir aber auch Zeit und wir brauchen Energie. Und wenn wir in der Schule diese Ressourcen, Zeit und Energie einfach, ich sag mal, verbrauchen, dann haben wir natürlich nicht mehr genug davon übrig für die anderen Lebensbereiche. Und genau deswegen denke ich, dass eine gesunde Stresskompetenz für uns Lehrer eben eine Schlüsselkompetenz ist. Letztendlich geht es einfach darum, Spaß am Leben zu haben. Und das ist in der heutigen Zeit für Lehrer nicht immer ganz einfach. Heutige Zeit heißt, es gibt einfach eine ganze Reihe an gestiegenen Anforderungen im Vergleich zu früher. Die Aufgaben sind um einiges komplexer geworden, wenn du heute Lehrer bist im Vergleich zu früher. Wenn ich so mal überlege, wie viele Vorgaben, wie viele neue Erlasse es mittlerweile gibt. Schulen sind immer mehr gezwungen, sich im Außen darzustellen in der Konkurrenz zu anderen Schulen, was einfach zusätzlich viel Arbeit erfordert und mit sich bringt. Und ich habe in den Shownotes Außendarstellungsprojekte dazu geschrieben. Dann, was so meine Erfahrung ist, dass immer mehr, ich sage mal, Sozialarbeiter, Aufgaben zu unserem Job dazukommen, für die wir natürlich auch eigentlich überhaupt nicht oder nicht nur eigentlich, für die wir überhaupt nicht ausgebildet sind. Und all das macht es halt sehr, sehr schwierig in der heutigen Zeit, den Lehrerjob so zu machen, dass tatsächlich noch genug Zeit, Raum und Energie für die eigenen Bedürfnisse auch übrig bleibt. Es gibt Zeiten, wo ich das Gefühl habe, dass der normale Unterricht eigentlich irgendwie noch so ein Zusatz ist, den man auch macht, aber ja, eigentlich irgendwie steht das gar nicht mehr so im Vordergrund. Viele Lehrer reagieren auf diese gestiegenen Anforderungen dadurch, dass sie sich immer mehr gedanklich innerlich aus der Schule rausnehmen und versuchen damit eben, ja, sich zu schützen vor diesen Anforderungen und gehen dann auch innerlich zu dem eigenen Gefühlserleben auf Distanz. Ich glaube allerdings, dass das keine besonders gute Lösung ist, weil wenn ich auf Distanz zu meinem eigenen inneren Erleben gehe, um mich so zu schützen und dann auch mein eigenes Gefühlserleben davon abgekoppelt bin, dann kann ich natürlich auch nicht glücklich sein im Rest meiner Zeit, also außerhalb der Schule, weil ich dann gar keinen Zugang mehr zu meinen Gefühlen habe. Und deswegen finde ich einfach, dass das keine gute Variante ist. Besser ist es in meinen Augen dagegen, wenn man sich aktiv, proaktiv um sein Stress erleben kümmert und damit auseinandersetzt und eben die notwendigen Kompetenzen entwickelt, um mit Stress während der Arbeit besser umzugehen. Ganz so leicht ist das aber dann leider auch wieder nicht. Ein gutes Stressmanagement, eine gute Stresskompetenz braucht Zeit und Übung. Es geht eben nicht nur einfach darum, ein paar Techniken zu lernen, wie man sich entspannt und dann noch ein paar schöne Sprüche über den Sinn des Lebens dazu zu packen, sondern das ist tatsächlich eine umfangreiche Kompetenz und das muss man natürlich erstmal lernen, das muss man sich irgendwie drauf schaufeln. Und ich glaube, dass das eigentlich auch einer der Gründe ist, warum Stressmanagement, Maßnahmen oder Seminare, Fortbildungen bei Lehrern nicht sehr beliebt sind. Also das ist meine Erfahrung, dass solche Veranstaltungen häufig gar nicht ausgebucht sind, obwohl die Lehrer ja den Bedarf haben, weil häufig in solchen Veranstaltungen werden einige Techniken gezeigt. Aber es wird wenig oder gar nicht darauf eingegangen, wie ich es schaffen kann, diese Techniken dann tatsächlich auch in mein Leben zu integrieren. Und wenn ich dann ein paar Techniken kann, dann gehe ich am Ende des Seminars wieder nach Hause und es ändert sich eigentlich gar nichts. Das heißt, es geht eben auch darum, die eigenen Gewohnheiten zu verändern und das Ganze eben praktisch umzusetzen. Und Gewohnheiten zu verändern, das ist nicht immer ganz einfach, denn da geht es eben nicht nur darum, was Neues zu lernen, sondern da spielen auch zum Beispiel Glaubenssätze eine Rolle. Das heißt, meine Einstellung, meine Überzeugung von der Welt, die manchmal eben auch dem entgegenstehen, neue Gewohnheiten zu etablieren, solchen Veränderungswünschen eben entgegenstehen. Da spielen eigene Ängste eine Rolle, mit denen man sich irgendwie auseinandersetzen muss und viele andere Dinge, an die man vielleicht gar nicht erst denkt, wenn es um das Thema Stress erleben oder Stressmanagement geht, die aber eben da eine wichtige Rolle spielen. Trotzdem glaube ich aber, dass Stresskompetenz eine der wichtigsten Ressourcen für uns als Lehrer ist und dass es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen und das zu erlernen, auch wenn es relativ schwierig, langwierig und komplex sein kann. Man kann das vielleicht am besten oder am ehesten vergleichen mit dem Erlernen von einer neuen Sprache oder mit dem Lernen vom Autofahren und wenn es um das Thema Lernen geht, dann denke ich eben schnell an diese vier Stufen der Kompetenz und die spielen eben auch bei unserer Stresskompetenz eine Rolle und deswegen möchte ich sie dir einfach mal vorstellen. Die Stufe 1 ist die unbewusste Inkompetenz. Da gibt es ein schönes Zitat, das kennst du natürlich auch von Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß und das ist eigentlich schon eine Stufe weiter, denn auf dieser ersten Stufe der Kompetenz, da wissen wir eigentlich noch nicht mal, dass wir nichts wissen. Wenn wir uns das beim Beispiel vom Autofahren uns mal anschauen, dann ist es so, als Kinder, da konnten wir natürlich nicht Autofahren, aber das war uns auch gar nicht klar, dass wir das nicht konnten. Wir hatten nicht den Wunsch, Auto zu fahren, Autofahren zu können. Wir wussten gar nicht, dass uns da irgendwas fehlt und waren eben deswegen auf dieser ersten Stufe die unbewusste Inkompetenz. Wenn wir das Ganze jetzt auf die Schule beziehen, dann ist das diese erste Stufe, die unbewusste Inkompetenz. Das ist so die Stufe, wo wir jeden Tag in den Unterricht gehen, unsere Arbeit machen, wo wir auch Probleme natürlich erleben, Höhen und Tiefen erleben. Wir merken vielleicht, dass die Tiefen doch manchmal ganz schön tief sind und die Höhen doch manchmal ein bisschen kurz ausfallen, der Besuch auf den Höhen sozusagen, aber wir nehmen das erstmal so hin als eine normale Begleiterscheinung. Das ist eben so in der Schule mit dem Lehrerjob und haben noch nicht so ein Gespür dafür, dass uns da tatsächlich was fehlt. Wir freuen uns dann auf das Wochenende und auf die Ferien. Und ja, letztendlich ist das ja auch das, was der Großteil der Menschen macht, auch der Arbeitnehmer in der Wirtschaft macht, sich auf das Wochenende freuen, auf die Ferien freuen und im schlimmsten Fall auch auf die Pension freuen. Aber irgendwann kommt vielleicht so der Gedanke auf, dass das so nicht eigentlich alles gewesen sein kann. So ging es mir. Ich hatte nach einigen Jahren so das Gefühl, irgendwie gar nicht so wirklich mein eigenes Leben zu leben. Das war auch so das, was mein Freundeskreis mir gespiegelt hat. Der hat immer gesagt, hier sag mal, in den Ferien bist du irgendwie ein ganz anderer Mensch, aber wenn du Schule hast, da bist du halt irgendwie ganz anders. Ja, und das hatte ich auch irgendwie so das Gefühl. Und nun hatte ich ja schon die Erfahrung gemacht, wie es ist, ein Burnout zu haben. Das hatte ich schon vor meinem Lehrerjob gehabt am Ende meines ersten Studiums damals und war vielleicht auch deswegen so ein bisschen sensibler für das Thema und ja, habe einfach gemerkt, so will ich das nicht weitermachen. Da gibt es auch ein schönes Zitat von einem Ödön von Horvath, heißt er. Kennst du vielleicht auch. Der hat mal gesagt, eigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich so selten dazu. Und genau das Gefühl hatte ich eigentlich so in der Schulzeit die ganze Zeit. Und ja, da ist dann so langsam in mir der Gedanke entstanden, dass ich das einfach so nicht weitermachen will bis zu meiner Pensionierung. Dass ich war einfach so das Gefühl, wenn ich irgendwie immer alt und grau bin und dann so zurückblicke und sage, das war mein Leben, dann hatte ich das Gefühl, nee, das kann es eigentlich nicht gewesen sein. Und wenn es dir ähnlich geht, dann willkommen auf Stufe zwei. Das ist die bewusste Inkompetenz. Und auf dieser Stufe, da merken wir, dass uns tatsächlich irgendwas fehlt. Wir wissen vielleicht noch nicht so richtig genau, was das eigentlich ist, was uns fehlt. Aber wir machen uns dann schon mal auf die Suche, weil wir einfach merken, irgendwas passt da nicht. Und den meisten von uns ging es auch tatsächlich so als Jugendliche. Wenn du auf dem Land groß geworden bist, dann auf jeden Fall. Dann weißt du, wie wichtig ist es, im ländlichen Bereich einen Führerschein zu haben, einfach um sich frei bewegen zu können und woanders auch hin zu können. Und der Führerschein, der war damals für mich das wichtigste Ziel. Der bedeutete Freiheit. Und ja, ich war mir natürlich bewusst, dass ich nicht fahren konnte oder nicht fahren durfte, aber ich wollte ihn unbedingt haben. Das ist eben diese Stufe zwei, die bewusste Inkompetenz. Man merkt, irgendwas fehlt, aber man kann es eben noch nicht oder man weiß vielleicht auch noch nicht genau was. Ja, und so war es, wie gesagt, auch bei mir im Lehrerjob, dass ich nach ein paar Jahren auf dieser Stufe angekommen war. Ich habe dann angefangen, so ein bisschen im Internet zu recherchieren und nach Stressmanagement-Techniken, Entspannungstechniken zu schauen. Und Selbstmanagement hat mich interessiert, allgemein Persönlichkeitsentwicklung. Das war eigentlich immer schon so ein bisschen mein Thema gewesen. Aber wie gesagt, man kommt zu selten dazu. Und das war tatsächlich so die ersten Jahre im Lehrerjob, dass solche Dinge, solche Interessen, Dinge, die mir wichtig sind, einfach auf der Strecke geblieben sind. Und ja, wer weiß, vielleicht bist du genau auf die Art und Weise ja auch hier auf den Podcast gestoßen. Bei mir war es dann so, dass ich damals das neurolinguistische Programmieren, das NLP, für mich entdeckt habe. Ich habe da im Internet einige Webinare und Videos zugesehen und ich habe dann Techniken ausprobiert, die ich da gefunden habe. Und das war echt ganz witzig. Ich kann mich erinnern, es gab eine Situation, da hatte ich ein Problem. Und dieses Problem, das habe ich dann bearbeitet mit solchen Formaten eben aus dem NLP. Und ich weiß, ein paar Tage später ist mir eingefallen, dass ich ein Problem hatte. Ich konnte mich aber an das Problem gar nicht mehr erinnern. Also das Problem war gelöst, aber ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, was es eigentlich war. Und ich weiß es bis heute nicht mehr, um was es damals eigentlich ging. Aber ich weiß noch, dass ich total überrascht, fast schon schockiert war, dass ich mich nicht mal mehr an mein Problem erinnern konnte. Und das habe ich mittlerweile gelernt. Das ist relativ häufig bei solchen NLP-Formaten, dass man nicht nur das Problem letztendlich löst, sondern sich tatsächlich nicht mal mehr so richtig an das Problem erinnern kann. Ja, aber zurück zu unserer Stufe 2, die bewusste Inkompetenz. Wenn man also dieses Bewusstsein entwickelt hat, dass einem irgendetwas fehlt, dann macht man sich eben auf die Suche nach neuen Ressourcen, um Probleme in Angriff zu nehmen, um neue Strategien zu lernen. Und das kann zum Beispiel sein, dass man eben Techniken aus dem Stressmanagement sich aneignet oder dass man Zeitmanagement-Methoden ausprobiert, guckt, wie man effizienter arbeiten kann. Oder vielleicht besuchst du ein Seminar oder eine Fortbildung zu dem Thema. Vielleicht holst du dir Bücher dazu. All das sind eben so Dinge, die man dann auf dieser Stufe 2 dann eben macht. Bei mir war es dann so, nachdem ich jetzt diese Möglichkeiten von NLP, es gibt ja auch ein schönes Synonym NLP, No Limit Power, als ich das so ein bisschen realisiert habe, da war bei mir dann der Entschluss da, dass ich da meine Ausbildung machen will. Ich habe dann einige Ausbildungen da gemacht, NLP Practitioner, Master, Master Coach und so weiter. Und wenn man das alles gemacht hat, wenn man da ein bisschen was gelernt hat, neue Strategien entwickelt hat, dann ist man auf der Stufe 3 die bewusste Kompetenz. Jetzt haben wir zwar neue Ressourcen gelernt und können damit auch mit den Problemen besser umgehen, aber das Ganze läuft eben noch nicht automatisch ab. Das heißt, wir müssen uns sehr, sehr bewusst darauf konzentrieren, diese neuen Strategien auch anzuwenden. Die Fähigkeiten sind eben irgendwie noch nicht so richtig in Fleisch und Blut übergegangen. Man muss sich eben sehr darauf konzentrieren und fokussieren und das ist am Anfang relativ schwer. Falls du einen Führerschein hast, dann erinnerst du dich am Anfang, wie das war. Wenn man dann gefahren ist, da musste man auch sehr, sehr bewusst schauen, wenn man einen Schaltwagen hatte, wie ist das denn mit dem Schalten, dass man das nicht vergisst, hoch und runter zu schalten. Dann einparken, das ist immer noch ein bisschen schwieriger gewesen, als ich Führerschein gemacht habe. Am Anfang, da gab es auch sowas wie Fahrassistenzsysteme noch nicht und das war dann alles noch ein bisschen schwieriger und am Anfang hat das eben sehr, sehr viel Konzentration dann auch erfordert. Auch das Fahren selber, wenn ich so erinnere mich am Anfang, da war man eben sehr konzentriert auf die Straße, eine Unterhaltung mit dem Beifahrer war da vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Und dann im Laufe der Jahre hat man eben eine Routine entwickelt und erfasst halt auch komplexe Verkehrssituationen ganz automatisch und ohne, dass man darüber nachdenken muss. Wenn wir jetzt diese Stufe 3, die bewusste Kompetenz, wenn wir das jetzt auf die Schule bezogen uns anschauen, dann ist es vielleicht so, du weißt, wie du mit Stress, mit stressigen Situationen besser umgehen kannst. Du weißt zum Beispiel, wie du dich vielleicht mit Atemtechniken schnell wieder aus dem Stress runterleveln, runterberuhigen kannst. Da habe ich übrigens die Folge 3 und die Folge 35, da geht es auch um solche Atemtechniken und ja, das kennen wir dann vielleicht, aber wenn es dann richtig hektisch wird, dann vergessen wir das Ganze und dann machen wir es eben doch nicht, weil es eben noch unsere bewusste Aufmerksamkeit erfordert. Und der Schulvormittag, ja, da vergisst man solche Dinge einfach sehr häufig, weil es einfach so hektisch ist. Ich habe das sehr, sehr eindrucksvoll erlebt vor mittlerweile über zehn Jahren. Da war meine Mutter sehr krank und sie ist auch mittlerweile leider verstorben. Und ich habe mir natürlich auch, wie alle anderen in unserer Familie, große Sorgen gemacht um sie. Und normalerweise war es eben so, dass dieser Gedanke permanent präsent war, aber es war tatsächlich dann so, und sobald ich in die Schule gekommen bin, habe ich da nicht mehr dran gedacht. Bis ich dann mittags raus bin und auf dem Weg zum Auto nach der Schule waren die Gedanken sofort wieder da, weil einfach am Vormittag ist es so hektisch und so voll von anderen Dingen, dass da einfach kein Platz mehr gewesen ist, um daran zu denken. Und genauso geht es uns dann eben auch mit solchen Strategien im Bereich Stressmanagement oder unserer Stresskompetenz, dass wir da einfach dann in dem Moment nicht mehr dran denken, weil einfach der Raum nicht mehr dafür ist. Das heißt, es geht an der Stelle dann darum, tatsächlich neue Gewohnheiten zu entwickeln, die dann ganz automatisch ablaufen, eben auch unter diesen dann teilweise doch extremen Bedingungen des Schulvormittags. Und ja, das ist nicht immer ganz einfach, aber das ist der Punkt, wo wir dann wirklich eine neue Kompetenz so weit verinnerlicht haben, dass wir ganz automatisch dann darauf zugreifen können. Und wenn wir das haben, dann sind wir auf der Stufe 4 angekommen. Das ist dann die unbewusste Kompetenz. Das heißt, da brauchen wir gar nicht mehr nachdenken, dann laufen solche Dinge automatisch ab. Wenn wir bei dem Beispiel mit dem Stress, mit den Atemtechniken von eben bleiben, dann ist es eben so, sobald wir merken, dass wir irgendwie in Hektik kommen, dass wir automatisch dann den Atem runter regulieren, uns mehr auf die Ausatmung konzentrieren, die Ausatmung verlängern und so den Parasympathikus aktivieren und dann automatisch wieder runterkommen. Eine super geniale Möglichkeit, um eben genau solche Gewohnheiten dann auch zu entwickeln. Das ist die Strategie der Mini-Habits. Das hatte ich dir ja in der Folge 36 vorgestellt. Da bin ich also nach wie vor völlig begeistert davon und kann dir das also nur wärmstens weiterempfehlen, mit diesen Mini-Habits zu arbeiten, um neue Gewohnheiten zu entwickeln. Ich habe dir in den Shownotes auch nochmal das Buch verlinkt, was ich in der Folge 36 ja da besprochen hatte. Schau dir das auf jeden Fall mal an. Das ist wirklich eine super Sache. Wenn wir diese Stufe der unbewussten Kompetenz, wenn wir das beim Autofahren uns mal überlegen, da kennen wir das ja auch, dass man einfach ganz automatisch fährt und dann gar nicht so richtig auch teilweise weiß, wie man irgendwo hingekommen ist, sich da gar nicht so richtig dran erinnern kann. Vielleicht ist das jetzt auch schon mal passiert. Mir ist das mal total heftig passiert. Da war ich auf der Autobahn unterwegs. Ich habe aufs Navi geguckt. Das waren noch irgendwie bis zur nächsten Ausfahrt 100 Kilometer. Und ja, dann habe ich das nächste Mal drauf geguckt. Da waren es auf einmal nur noch fünf Kilometer. Und diese knappen 100 Kilometer dazwischen, da konnte ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Und das war mir auch vorgekommen wie fünf Minuten. Und das ist einfach diese Stufe vier, die unbewusste Kompetenz, wo wir diese Dinge eben ganz automatisch machen. In der Schule könnte das zum Beispiel auch so aussehen, dass du dir neue, ich sage mal, Denkgewohnheiten einfach angeeignet hast und die entwickelt hast. Und ein Beispiel Thema Grenzen setzen ist ja für viele Lehrer durchaus ein Problem, sich abzugrenzen gegenüber Schülern, gegenüber Anforderungen, gegenüber Aufgaben, die an einen herangetragen werden, gegenüber Kollegen und so weiter. Und wenn diese Ressource automatisch abläuft, dann trittst du einfach ganz automatisch im Schulalltag selbstbestimmter auf. Und dann hast du dir diese neue Ressource dann tatsächlich einfach angeeignet und die so fest verankert, dass sie einfach dein neues normal geworden ist. Und genau darum geht es eben bei dem Thema Stresskompetenz, dass wir diese Kompetenzen, diese Ressourcen so fest verankern, dass sie einfach normal für uns geworden sind. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum muss ich dafür die vier Stufen der Kompetenz kennen? Ganz einfach, diese vier Stufen der Kompetenz, die können dir nämlich zeigen, wo du gerade in deinem Lernprozess stehst. Oft ist es ja so, dass wir was Neues lernen und das dann ausprobieren und dann funktioniert es nicht gleich so richtig, wie wir wollen und dann lassen wir es eben doch wieder. Ich habe früher mal versucht, autogenes Training zu lernen, habe das eine Zeit lang gemacht, hatte da Bücher zu, hatte da Videos mir zu angeschaut. Ich hatte auch eine App dazu. Ja, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Wenn man das autogene Training kennt, da gibt es ja so eine schwere Übung, wo man den Arm so schwer werden lässt. Und ja, das war irgendwie schon nicht so richtig, so wie es sein sollte und dann habe ich es irgendwann gelassen oder was heißt irgendwann relativ schnell eben auch. Und wenn ich damals vielleicht schon diese vier Stufen der Kompetenz gekannt hätte, dann hätte ich eben gewusst, dass dieser Lernprozess einfach ein bisschen langwieriger ist und vielleicht nicht so schnell aufgegeben. Und gerade beim Thema Stressmanagement, da ist es ja häufig so, dass man eigentlich durchaus weiß, was einem gerade gut tun würde und es dann aber eben doch nicht macht und dann schnell glaubt, dass das eben alles irgendwie eigentlich doch gar nicht funktioniert und dass die Umstände eben so, wie sie sind und man kann ja eben doch nichts tun. Und diese Art sozusagen an das Thema ranzugehen, da spricht man in der Psychologie dann von einer Lageorientierung. Das heißt, man orientiert sich an dem, wie es gerade ist und denkt, dass man eben an seiner Lage nichts ändern kann. Und das Gegenstück dazu, das ist die Handlungsorientierung, dass man eben nicht schaut, okay, das ist alles blöd, sondern wie kann ich da rauskommen? Wie kann ich meine Situation verbessern? Und es geht dann eben darum, diese Handlungsorientierung zu bekommen und da kann es, glaube ich, sehr, sehr hilfreich sein, diese vier Stufen der Kompetenz zu kennen, um einfach an einer Sache, an der Sache, an den Strategien, die man gerade lernt, um da eben dran zu bleiben. Und das lohnt sich auf jeden Fall, denn mit einer guten Stresskompetenz, da hast du eben die besten Karten in der Hand, um gelassener durch deinen Tag zu kommen und um mehr Energie zu haben, dann eben auch am Ende des Tages für die Dinge, die dir auch wichtig sind. Und da sind wir dann wieder bei diesen Lebensbereichen, das Lebensrad, um da eben auch für andere Bereiche deines Lebens noch die Zeit und die Energie und die Ressourcen zur Verfügung zu haben. Ja, das sind die vier Stufen der Kompetenz. Das war das, was ich dir darüber berichten wollte. Schreib mir doch, wie dir diese Folge gefallen hat, ob du die vier Stufen der Kompetenz schon kanntest, ob dir das weiterhilft, auf deinem Weg neue Strategien, neue Ressourcen zu entwickeln im Bereich Stressmanagement, im Bereich Stresskompetenz, im Umgang mit dem eigenen Stress erleben. Ich freue mich auf deinen Kommentar. Bis dahin, mach's gut. Du hast gerade eine Folge des Healthy Teacher Podcast gehört. Alle Infos, Links und Empfehlungen dieser Folge findest du auf healthyteacher.net. Gebe einfach die Nummer der Folge dreistellig in das Suchfeld oben rechts auf der Seite ein und du gelangst direkt zu den Shownotes der jeweiligen Folge. Also zum Beispiel 006 für die Folge 6 oder 017 für die Folge 17. Alternativ findest du alle Folgen auch über den Menüpunkt Podcast. Trage dich auf healthyteacher.net auch in meinen Newsletter ein, wenn du zusätzliche Tipps und Infos rund um die Themen Selfcare und Selbstmanagement für Lehrer haben möchtest. Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte den Healthy Teacher Podcast auch auf iTunes. Du hilfst damit, diesen Podcast bekannter zu machen, sodass mehr Lehrer von den Inhalten profitieren können. Auf healthyteacher.net slash bewerten findest du eine Anleitung, wie du so eine Bewertung in iTunes abgeben kannst. Bis zum nächsten Mal. Bleib entspannt. Dein Carsten. Dein Carsten.